Sehr, sehr nett. Aber hier werde ich, ähm, Jett benutzen. Muaah. Mh. Könnt mich mal alle kreuzweise an der Puppe schmatzen hier, Doofköppe. Okay, das sieht hier ganz gut aus. Ähm, äh. Möchte ich das jetzt einfach nochmal benutzen? Wie? Ich bin jetzt irgendwie ein bisschen blöd, ne? Wie komme ich denn zu meinem... Achso, Megabuster da oben. Um Gottes Willen. Oh, hier kann man doch durchrutschen, oder? Okay, da werde ich meinen Megab... ...meinen Jet auffüllen. Sehr schön. Scheiße. Oh Gott. Alter. Okay, hier brauchen wir... Coil wäre ganz okay, glaube ich. Ich hab jetzt... Däh! Ich hab jetzt gedacht, ähm, wir hätten doch die 1, 2, 3. Im ersten Teil war das, glaube ich, so. Weil dann hätten wir jetzt eine von den 1, 2, 3 nehmen können. Äh, Coil war das, genau. Alter. Fick dich, echt. Achso, der war noch nicht... Oh, das wird knapp. Okay. Okay. What is that? Aha, okay. Ähm... Füllen wir Coil auf, würde ich sagen. Und da ist doch schon der Boss. Äh... Ja, Dive wäre jetzt noch eine Möglichkeit, das aufzufüllen, ne? Hing hier was dran? Ne. Das war so klar. Das war so klar. Wie macht man das denn? Okay. How do you do that? Die muss man irgendwie kaputt kriegen, oder nicht? Okay. I'm scheissegal. Hm. ich mache das mit mit chat weil sich den hierhin ja okay ich hab das jetzt erst verstanden mit diesen dingern sie sind gar nicht die ganze zeit böse doch doof kann ich denn da rüber so gehst du nicht weiter runter du bist aber dreist boah ey das ist doch assi kotze wollte ich gerade sagen ich krieg zu viel kommt man denn da hin weiß das doch nicht oh jetzt hat er losgelassen eben hat er nicht losgelassen als ich dive man ausgerüstet habe und jetzt auf einmal dummer hurensohn zu viel so langsam geht mir die musik auch auf den zeiger so how does it work jetzt geht er bis nach ganz unten ne das ist doch ach ich bin doch dumm ach man ey es lohnt überhaupt nicht mehr hier überhaupt noch hochzuklettern so okay dann laden wir einfach das hier auf ich bin jetzt so ich drück ne kleine energie wunderschön danke ach okay dr moon oder wann oh was weiß ich denn ich kenne den doch überhaupt nicht ich weiß nicht was seine hobbys sind what the fuck was ist das ja das war klar ach du scheiße scheiße von hier ey ihr habt doch nicht mehr alle latten anzaunen ich war doch oben bei dem typen junge mal boah das fuckt aber ab ganz ehrlich ja verpiss dich einfach jet ist okay ist alles okay ja ja so könnte ich mal alle sind wir denn hier natürlich und jetzt mache ich mit dem müll den ich hier noch habe mache ich natürlich weiter ist klar boah boah was freue ich mich auf die stage ne das ist ja der wahnsinn ich habe noch nie so viel spaß gehabt so wenigstens weiß ich jetzt hier wie das gezumpel hier funktioniert sind die wenigstens noch da die dinger nö warum auch das kabel ist im weg hier ich habe das um den controller gedreht und jetzt hängt mir das so ein bisschen im zeigefinger drin nö 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 aber ich glaube die missile wäre ganz cool oder Weil dann muss ich nicht zielen, wenn sie denn nicht abprallt. Das kann natürlich auch möglich sein. Natürlich! Dann machen wir mit dem Buster weiter. Ja. Ja. Oh. Ah! Ah! Ich dachte, der wird jetzt noch mal runtergehen. Ja gut, aber ich sag mal, das ist jetzt nicht so schwierig, ne? Ja. Ja. Wenn ich da die ganze Zeit an der Stelle stehen bleiben kann. Und ich eigentlich nur darauf achten muss, dass ich erstens nicht in den Reihen springe und zweitens den Schüssen einfach nur ausweichen muss. Weil auf dieses, auf das Loch muss ich nicht aufpassen. Und auf sein komisches Loch-Mach-Gerät muss ich auch nicht aufpassen. Ich kann eigentlich die ganze Zeit nur stehen und muss, also ich kann schießen wie eine Bekloppte. Muss halt nur aufpassen, dass ich den Schüssen ausweiche. Und dass wenn er gerade bei mir links steht, dass ich dem nicht reinhüpfe. das ist eigentlich alles. Das sollte man doch auf die Kette kriegen, oder? Das Schwierigste ist eigentlich wirklich der Weg hin. Hups. Naja. Ah! Okay. Haben wir das auch gemeistert? Jetzt sind wir schon hier oben. Also der erste Part ist wirklich easy peasy. Lemon squeezy. Ähm. Zweite Part. Mit Jet ist eigentlich auch kein Problem. Weil da habe ich, hier habe ich echt überhaupt keinen Bock drauf. Wir können uns noch, das ist eine Aufladegezumpel da holen. Aber auch nur einmal. Okay. Ja. So. Ach komm. Moment, das war doch sehr gediegen hier alles. Professionell würde ich da schon zu sagen. Coil. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.